Akkupressur-Produkte können dir bei vielen Dingen helfen. Bei der Verbesserung deiner Schlafqualität, bei Stress oder Schmerzen. Im Bereich von Rücken oder Nacken. Doch was unterscheiden gute Akkupressur-Produkte von anderen, die am Markt erhältlich sind? Ich werde dir jetzt das Akkupressur-Set von Arzvitality vorstellen, damit du weißt, worauf du achten musst, wenn du dich für ein solches Produkt entscheidest. Worauf kommt es an? Das Set besteht aus einer Matte und einem Kissen, die du in einer praktischen Tasche verstauen kannst. Auf der Matte verteilen sich 4200 Nadeln auf 42 x 74 cm Fläche. Das Kissen hat die Maße von 40 x 30 cm und über 900 Nadeln. Das Wichtigste aus Aspekten der Nachhaltigkeit, für deine Gesundheit und das Gefühl, das das Produkt dir vermittelt, sind aber die verwendeten Materialien. Das Obermaterial besteht zu 45% aus Leinen und zu 55% aus Biobaumwolle. Das Kissen ist mit Carpock gefüllt und die Matte mit Kokosnussfasern. Wir verwenden also fast ausschließlich biologische und nachhaltige Materialien. Wenn dir die Intensität der Akkupressur-Nadeln etwas zu stark ist, dann leg die Matte auf eine weiche Unterlage, zum Beispiel auf eine Matratze. Du interessierst dich für weitere Inhalte oder Produkte aus dem Bereich Sport und Gesundheit? Dann abonniere unseren Kanal, like dieses Video und hinterlasse uns sehr gerne Kommentare.